Meine lieben Abenteurer-Freunde und Bestienbezwinger, herzlich willkommen zurück. Wir machen weiter mit einer neuen Folge Dragons Dogma. Wir haben beim letzten Mal das Buch für Steffen besorgt. Also hier Salomets Grimoire. Und jetzt sind wir wieder hier in Gransoren. Und wir gucken uns mal ein bisschen um und ich möchte gerne noch mal was besorgen, aber das seht ihr dann gleich. Ah ja. Vasallen sind, vereinfacht gesagt, Soldritter. Sie gleichen uns, ja, aber sie sind nicht menschlich. Sie sind Grenzgänger des Rifts, mit einem Wort gesagt, sie sind anders. Ah ja, sie würden über einen Witz lachen, sogar mit einem Mann trinken und feiern, aber es haftet ihnen etwas Kaltes an. Ja, kein Mensch weiß wirklich, was ein Vasallen denkt und das macht ihn, und das macht sie nicht gerade beliebt. Aha. Ich habe persönlich nichts gegen sie. Ich habe viele dieser Waffenknechte hier beherbergt und dadurch gutes Geld verdient. Ich habe deinen Pfeil, was du dir möchtest. Was wird es heute sein? Werkzeuge, was haben wir da? Liftstein. Ewiger Reisestein, guck mal. Den möchte ich mitnehmen, denn mit diesem Stein habt ihr mir geschrieben in den Kommentaren, vielen Dank dafür übrigens, dass ich dann immer reisen kann und den auch immer wieder benutzen kann. Deswegen nehme ich den natürlich mit. So. Zack. Das war's schon. Ach ja, genau. Fertigkeiten. Genau. Da war er was. Was wird es heute? Fertigkeiten erlernen. Denn wir brauchen neue. Äh, 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 äh. Oder ich hätte gerne neue. Sagen wir es mal so. Und zwar hier. Äh, Pfeilregen. Das hätte ich wohl gerne. Für 250 Disziplinpunkte. Yes. Oh, guck mal hier. Ja, eine verbesserte Form von Pfeilregen. Ja, dann kaufe ich die auch noch. So. Ähm. Dann. Dolch. Wir spielen Dolche, ne? Ja. Kernfertigkeiten erlernen. Fähigkeiten. Geheimfähigkeiten. Oha. Äh. Aber. Ah, okay, okay. Warte, warte, warte. Wir kaufen einfach alle. So. Wir haben genug Dämpfung. Gewandtheit. Beständigkeit. Erweitert die Obergrenze der Ausdauer. Hm. Perfekt. So. Was haben wir hier unten noch? Geheimfähigkeiten. Ah, das kann ich, kann ich leider noch nicht sehen. Hm. Gut, hier. Schneidender Wind. Den nehmen wir auch noch mit. Zack. Jetzt haben wir noch 900 übrig. Äh. Blendende Festung. Ah, ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Wurf und zünden. Blendende Festung. Mhm. Ihr katapultiert den Gegner in die Luft. Ja, komm. Nehmen wir das auch mit. Zack. So. Jetzt haben wir fleißig eingekauft. Festgelegten Fertigkeiten ändern. Ja, unbedingt. So. Hohohoho. Den haben wir schon drinne. Dreifacher Pfeil. Da war noch was. Guck mal. Ah, okay. So. Pfeilhagel. Genau. Fähigkeiten. Beständigkeit. Mhm. Sehr gut. Das war doch mal was. Schneidender Wind haben wir. Wurf und zünden. Genau. Der fehlt ja noch. So. Perfekt. Was wird es heute sein? Dankeschön. Was du möchtest. Komm wieder. Das war das, was ich jetzt erledigen wollte. Das hat funktioniert. Ich bin zufrieden. Well, hallo. Ah, Madeline wieder. Ich hab kein Geld für dich. Lass mich in Ruhe. Ähm. So, jetzt. Wir haben noch die Quest mit der Vasallengilde. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie man da hinkommt. Denn ich war da noch nicht. Äh. Aha. Guck mal, hier kann man hoch. Das ist ja lustig. Glockenturm hier, oder wie? Zack. Naja, wir gucken mal, was hier so abgeht. Dieser Weg führt zum Lager. Ja, das ist gut. Giftflasche. Oh, hier. Truhe. Aushebungstrupp-Banner. Da weiß ich leider nicht, was ich damit machen soll. Ich vermute, das gibt einen Buff, wenn man das im Kampf benutzt. Leiter benutzen. Alter, das geht ja noch höher. Noch eine Leiter. Ich werde bekloppt. Kann man hier was machen? Guck mal. Sieht so aus, als könnte man hier irgendwas hochziehen. Oh, Ziegel. Ziegel nehmen wir mit. Aber ich kann hier gerade nichts machen. Schade. Noch eine Truhe. Herzogliches Banner. Auch interessant. Okay, jetzt will ich aber auch ganz nach oben, ne? Jetzt bin ich natürlich neugierig. Wenn wir denn schon mal hier sind. Guck mal, hier ist noch mehr. Gedöns. Flasche mit Öl. Yeah. Das ist gut. Nehmen wir mit. Noch eine Truhe. Und. Kriegshorn. Und. Noch ein Fläschchen. Gabel der Kraft. Und noch ein Ziegel. Sehr cool. Aber so wie das aussieht, sind wir jetzt quasi genau da, wo wir hinwollten. Obwohl ich das nicht wusste, dass man hier da hinkommt. Guck mal, da unten. Das sieht gemütlich aus. Es geht nichts über Dächer, wenn es gilt, alle Winkel zu bekommen. Da hat sie tatsächlich recht. Sammeln. Flasche mit Wasser. Cool. Und. Was haben wir da? Noch ein Fläschchen. Ja. Auch super. So, jetzt gehen wir hier nochmal in die Tür rein, wenn das denn geht. Ah, kein Durchgang. Schade. Gut. Dann. Gucken wir mal, dass wir hier rauskommen. Was ist das? Oh, ein bisschen Geld. Ja. Kleiner Geldbeutel. Dankeschön. Ich mag den Sound jetzt schon. Aber jetzt ist die Frage, wie komme ich da hin, ohne zu sterben? Das macht bestimmt Aua. Verdammt. Äh. Ja, ich glaube, runterspringen ist keine Option, oder? Obwohl, wisst ihr was? Warte mal. Wir machen einfach mal. Eine Speicherung. Und wenn wir sterben, dann laden wir einfach neu. Da kennen wir nix. Autsch. Ja, okay. Hätte ja klappen können. Aber ich bin auch ziemlich ungünstig mit dem Gesicht da aufgeklatscht. Ähm. Gut. Dann müssen wir halt... ...hier lang. Oh, die Musik ist so wunderschön. Da kriege ich doch direkt wieder... ...gute Laune. ...hier lang. So. Zack. Tür verschlossen. Auch verschlossen. Ach, Mann. So, warte mal. So, warte mal. Guten Tag. Danke. Porn-Guild. Porn-Guild, es ist hier und zur Seite. Danke. Der Weg ist örtet. Ihr seid frei, um zu passen. Aber ich bedanke mich, dass ich keinen Ärger mit diesem Ort machen werde. Natürlich, wir machen keinen Ärger. Niemals. Wir sind... Guckt euch das mal an. So ein richtig kleines, schickes Dörflein hier. Das ist ja cool. Oh, guck mal hier. Der hat eine Aufgabe. Handwerkshaus. Guten Tag. Ach, das ist ein Schmied. Gnädiger Schöpfer. Bitte, bitte nicht. Ja, ich weiß. Dies ist keine Bitte, die man einen durchreisenden Fremden aufdrängen sollte. Aber... Bitte, ich bitte euch nur, um mir zuzuhören. Nur für einen kurzen Moment. Na gut. Danke, Sir. Dann erzähl mal. Dieses Kind ist... Er ist mein Sohn. Er war mein Sohn. Sein Herz hat nicht ein paar Stunden gelangt. Dieses Kind ist mein Sohn. Und war mein Sohn. Sein Herz hörte erst vor wenigen Stunden aufzuschlagen. Es war immer schwach, sein kleines Herz. Seit er ein kleines Kind war, ich wusste, dass er nicht lange leben würde. Aber zu erleben, wie er mir entgleitet. Und mir bleibt angesichts meiner Ohnmacht nichts als Zorn. Ah ja. Da ich bereit war, jedes Mittel zu ergreifen, das er mir zurückbringen könnte, wandte ich mich der Magie zu. Sogar der schwarzen Magie. Äh... Ich täte alles, um ihn zurückzubringen. Ich weiß, ich weiß, es ist Wahnsinn, aber... Trotzdem, ich... Nehmt diese bitte an euch. Was ist das? Den ersten dieser Steine kaufte ich von einem Händler, dem mein Sohn und ich auf unseren Reisen begegneten. Er sprach von einem mächtigen Zauber, den er birgt. Er trägt mehrere davon zusammen und die Toten werden zum Leben erwachen, sagt er. Nicht, dass ich jemand wäre, der blind auf solche Märchen vertraut. Auf keinen Fall. Aber dennoch, ich dachte, ein Versuch könnte nicht schaden. Und so ging ich auf die Suche. Aber nachdem ich den zweiten Stein gefunden hatte, erschien mir die ganze Sache sinnlos. Es ist eine eitle Hoffnung, in solchem Tant die Unsterblichkeit zu suchen. Ich weiß. Ich fühlte mich wie ein Narr, weil ich jemals daran geglaubt hatte. Okay. Lazarussteine sind wundertätige Gegenstände, die euch selbst und jemanden anderen wieder zum Leben erwecken können. Jeden Lazarus... Okay. Jeder Lazarusstein ist wertvoll. Die Splitter sind schwer zu finden und jeder Stein kann nur einmal eingesetzt werden. Sammelt genügend Splitter, um sie... Und sie werden sich von selbst zu einem kompletten Stein zusammensetzen. Okay. Okay. Okay, da will er jetzt also seinen Lazarusstein. Gut, das müssen wir uns merken. Ähm... Oh, guck mal, Wolf hat auch was zu sagen. Bleib mal stehen. Aha. Grabenbruch. Alles klar. Grabenbruch. Verstehe. So, aber das wollten wir ja eigentlich gar nicht. Wir wollten ja hier mit unserer Hauptquests weitermachen. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Sind wir hier richtig? Schönen guten Tag, junge Frau. Wer ist denn das? Hallo. Ach so, okay. Ne, 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 ne. Wer ist das? Willkommen, Arisen. Wir haben erwartet, wie du kommst. Was? Willkommen, Erweckte. Wir haben eure Ankunft erwartet. Dieser Porn ist called Barnaby. I tend to the affairs of the Porn Guild. Dieser Vasall hört auf den Namen Barnaby. Ich kümmere mich um die Angelegenheiten der Vasallengilde. Die Gilde dient als Ort der Rast für Vasallen und als Tor zum Grabenbruch. Aha. Der Grabenbruch liegt unterhalb von Gran Sorin. Ein bedeutsamer Ort für unser Volk. Aber nun lasst uns jubeln über die Ankunft des Erweckten. Das Licht, das die Legion leitet. Zack. Auftrag gemeistert. Perfekt. Und er hat direkt wieder was Neues. Es betrügt mich, euch behältigen zu müssen, so müde wie ihr von eurer Reise sein müsst. Aber es braut sich ein Unheil zusammen. Ich möchte in dieser Angelegenheit um eure Unterstützung bitten, wenn es euch beliebt. Mein Dank sei euch gewiss. Oh, jetzt geht's in den Keller, oder was? Jenseits liegt der Grabenbruch. Ein uralter Ort, der unter den Felsen von Gransoren schlummert. Wir Vasallen haben lange den Eingang zu diesem Ort bewacht. Aber seit der Wiederkunft des Drachen erfüllt eine seltsame Aura den Grabenbruch. Eine Präsenz. Ist es ein böses Omen, dürfen wir das nicht ignorieren? Ich bitte euch, nach der Ursache der Veränderung zu forschen oder herauszufinden, was geschehen ist. Der Grabenbruch ist ein einzigartiger Ort. Dies ist kein einfaches Unterfangen. Kein Gefallen, den ich leichtsinnig erbitte. Das ist, warum ich dich gefragt habe, Arisen. Bitte, legt uns eure Hilfe. Darum frage ich euch, Erweckter. Bitte, steht uns bei. Erkundet den Grabenbruch. Okay. Steine, die die Toten zum Leben erwecken. Ihr sprecht von den Lazarus-Steinen, Erweckter. Steine so rot wie Blut, verzaubert durch Arcane-Magie. Man nennt sie auch Schnitters-Spott. Ja, okay. Seltsam, dass ihr davon sprecht. Man sagt, ein fahrender Händler habe vor wenigen Tagen einen in einer Höhle gefunden. Es mag vielleicht vergeben sein, aber ihr könntet euer Glück in den Geschäften von Grand Soren versuchen. Okay, kann ich hier jetzt rein? Führt ihr genügend Stärkungsmittel mit euch? Wahrscheinlich nicht. Ich spüre ein Pulsieren. Okay. Ja, dann. Spannend, spannend, spannend. Holy shit. Das geht aber weit runter. Und sehr viele Fledermäuse. Ähm. Okay, wir... Wir gehen noch mal ein Stück weiter. Ich... Spinnengift. Bin ich allein und wünsche ich, mich aus diesem Ort zu kommen? Ja, irgendwie ist der Ort ein bisschen unheimlich. Stimmt schon. Ähm. Okay, hier ist ein Schwert, was im Boden steckt. Das ist kein gutes Zeichen. Und jetzt ist auf einmal Licht an. Wieso ist jetzt Licht an? Hä? Lädermäuse. Haut ab. Große Nuss. Danke sehr. Grünlattig. Perfekt. Aha, aha, aha. Ey. Ja, damit hat er gerade das gesagt, was ich mir schon gedacht habe, dass hier auch Monster sein werden. Die Frage ist nur, wie groß und stark sind die? Guck mal, da liegen schon die ersten Leichen. Und Tote. Okay. Okay, ist ja lustig. So, Pfeilhagel. Mal ausprobieren. Äh. Okay. Okay. War jetzt, war jetzt nicht wirklich eine Herausforderung. Aber was, was grunzt hier denn so? Das ist schon ein bisschen unheimlich. Große Nuss. Aber sehen kann ich nix. Ach, guck mal, hier geht das noch weiter. Ach, du ahnst es nicht. Sehr, sehr, sehr viele Wege. Aua. Aua. Mann. Lass mich doch meinen Skill ausprobieren. Aua, 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 aua. Aua. Yeah. Der Skill ist cool. Walking Bones, genau. Bam. Passt das? Ja. Sehr gut. Ein Eimer. Oh. Ah. Autsch. Bam. Bam! Klöder, klöder. Oh, da ist noch einer. Zack. Truhe? Großer Geldbeutel, ja, na klar, nehm ich gerne mit. Oh ja, regenerier mal. Das ist schön. Aber irgendwas stimmt mit Wolf nicht. Der regeneriert irgendwie gar nicht. Komisch. Ah, okay, das war ein Umweg. Heilbronn. Alles klar. Aua. Bam! Cool. Guck mal, hier ist ein Hebel. Oh, oh. Ah, okay, die eine geht, 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 äh, auf, die andere geht dafür zu. Ich verstehe. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, dann... brauchen wir den Umweg nicht mehr laufen. und hier ist eine Kiste. Perfekt. Geht, Beutel. Cool. So, weiter geht's. Oh, halt, stopp. Hartknollenmilch. Mhm, dankeschön. Und, einmal auffüllen, bitte. Und, weiter geht's. Oh, da liegt jemand, guck mal. Oh, oh, oh. Sehr viele Untote. Gut, warte mal. Da hab ich was gegen. Oder auch nicht. Zack. Ich hole mal den hier. Der ist auch weg. Okay. Rostige Platte. War das ein Schild? Fauliger Goldzahn. Cool. Wer rennt denn da hinten rum? Hä? Da kommt doch gerade irgendwas hier auf uns zu. Hab ich doch genau gesehen. Irgendwas war hier gerade. Oh. Das ist der Dicke, den ich die ganze Zeit gehört hab. Das Grunzen. Wird Zeit zu speichern. So. Und, ich würde sagen, den Dicken holen wir uns nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Dann haben wir nämlich keinen Zeitdruck. Also, meine lieben Freunde, ich bedanke mich wie immer für's Zusehen. Ich wünsche euch noch einen zauberhaften Tag. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö. Hau! Oh!